Die höchste Stufe des Bewusstseins ist das Eintauchen in die Erfahrung der Allverbundenheit. Wenn wir auf diese Ebene des Bewusstseins kommen, entfalten wir die vielleicht göttlichste Fähigkeit in uns, nämlich die Fähigkeit des Mitfühlens. Das ist Liebe. Dann ist für uns ein Baum nicht mehr nur ein Stück Holz, sondern eben auch ein lebendiges Wesen, das wir fühlen können. Deswegen ist dieses Mitgefühl die reine Liebe. Wer diese Gabe des Mitgefühls in sich entfaltet, der wird mit Sicherheit keinen Krieg anfangen oder jemand anders übervorteilen. Der wird alles versuchen zum Wohle des Ganzen beizutragen. Der wird erkennen, dass Allverbundenheit bedeutet, dass alles, was wirkt, zum Wohle des Ganzen zu uns steht. Und das ist die Hoffnung, dass sich diese Menschheit wieder dahin entwickelt, ihre größte Fähigkeit zu entfalten, die jeder von uns hat. Die Fähigkeit des Mitgefühls. Die Fähigkeit des Mitgefühls. Die Fähigkeit des Mitgefühls.